Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es kann ein bisschen dauern, es tut mir echt leid, wenn du dann warten musst, aber dafür besorge ich uns ein paar richtig coole Aftershow-Tickets. Deals! Guck mal, da sind wir schon. Backstage. Dann gehe ich jetzt mal zu Haar & Make-up, mache uns ein paar Karten für die Aftershow-Party klar und dann geht's los. Bis später. Vielen lieben Dank. Tschüss. Gerne. Ciao. Bis später. Das war ein super Tag heute, die Show war bombastisch, wir waren überall pünktlich. Jetzt gehen wir zur Aftershow, oder? Absolut, auf jeden Fall. Geil. Hier haben wir die Live-Gradie 보면서 einen Fernverkopf. Geil. Wir haben hier eine gute Idee. Geil. Die Karte sind alle unsere Karte.